so mal zwar ist ihr signalbauer herzlich willkommen zurück zu schiene und straße wir müssen jetzt erstmal signale setzen das ist das allererste was wir tun müssen und wir fangen jetzt einfach mal hier oben an und arbeiten uns dann nach vorne das wird jetzt ein bisschen anstrengend so gehen wir erstmal hier oben lang dann gehen wir hier lang vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu lang geht war ich darf jetzt nicht den überblick verlieren wo ich jetzt schon signale haben das wird jetzt auch noch ein bisschen kompliziert oh man was habe ich hier nur angefangen ne der geht da auch noch weiter dann machen wir jetzt erstmal die alle hier die reingehen was habe ich denn hier gemacht das ist viel zu umständlich viel zu kompliziert oh mein gott so das ist doch jetzt der der raus geht ganz genau oh mein gott ich werde hier garantiert signale übersehen oh mein gott oh mein gott oh mein gott also die drei gehen rein oh mein gott oh mein gott oh mein gott Der ist eigentlich auch nicht richtig da. Was habe ich denn hier angefangen? Oh, ich werde locker eine halbe Stunde beschäftigt sein. Nur mit Signale setzen hier. Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ich hätte das echt so zwischendurch vielleicht noch so ein bisschen machen sollen. Ich habe komplett keinen Überblick, wo ich jetzt Signale hinsetzen muss. Ich werde garantiert welche vergessen. Jede Wette. Oh mein Gott, ehrlich. Das ist viel zu viel. Hier habe ich auch noch nirgendwo was. Okay, dann fangen wir jetzt mal hier mit dem Bahnhof an. Dann müssen wir am Ende einfach mal gucken, ob wir wirklich überall was haben. Also, der ist jetzt in beide Richtungen. Hier ist man noch befahrbar. Genau. Das muss er ja leider sein. So, und hier geht es raus. In jeweils zwei, aber auch zwei Gleisen. So und so. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. So, dann gibt es hier wieder so Zwischensignale drauf. So, gut, da haben wir den, da haben wir den. Um die kümmere ich mich dann später, die hier noch weiter rausgehen. Dann schnappen wir uns mal den nächsten Bahnhof. Machen wir es mal von der Seite. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Also. Das ist der nächste Bahnhof. Hier in beide Richtungen. So, der geht nach da. Dann geht der raus. So ungefähr. So. Okay. Na. Puh. Na, schon wieder verkleckt. Nein, hör auf zu scrollen. Ah. Scheiße. Nein, hör auf. Lass das. Ah. Verdammt, Hacke. Ach, ich hasse das. Jedes Mal, wenn ich zu weit oben an den Bildschirmwand komme, dann macht er diese Scheiße hier. Hör auf jetzt. Ah. Also, wo war ich denn jetzt? Mann ey. Okay. Den hier hatte ich, genau. So, und hier mache ich dann... gleich weiter. Sonst ist der ja vielleicht nicht ganz richtig. Lass uns den mal eher... hier so hin machen. So, von hier kommt er, ne? Okay. Okay. Dann war das jetzt der Bahnhof. Dann geht's jetzt weiter... mit dem hier. Ich muss das hier auf jeden Fall gut im Auge behalten. Sobald das hier einigermaßen steht. Boah, welche Klasse bräuchte ich denn jetzt? So, ne? Okay. Sobald wir noch ein bisschen weiter weg machen können. Ah, soll wohl passen. Also, dann müsste der hier... Okay, da hab ich schon. Jetzt brauch wieder ein bisschen kurz, aber sollte eigentlich funktionieren. Okay. So, ich werd das mal grade speichern. Gut. Das war jetzt der hier. Dann ist der nächste. Der da hinten. Der ist auch sehr interessant. Der wird erst hier quasi auf die Bahnsteige verteilt. So. Die beiden hab ich da schon. So. Eigentlich müsste ich hier auch noch einmal hin. Also, ich hab jetzt hier drei raus, drei rein. Oh nein. Mann 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 Mann. Ne? Schreien. Schreien. So, nach da muss ich ja gleich eh noch mal Signale setzen. Da muss ich sowieso noch hin. Puh, okay, dann ist er hier der Nächste. So, so ... So, und die Brücken hatte ich ja schon, das waren ja die ersten. Okay, dann müsste das soweit jetzt eigentlich fertig sein. Und was ist das hier unten? Das ist R, genau. Das ist R. Da müssen wir hier auch noch mal was in die Mitte machen. Ich glaube hier waren es aber auch vier Reihen, drei raus. Genau. Also er noch nach da und er ist schon nach hier. Ja. So quasi. Ich werde garantiert irgendwo Signale vergessen. Das ist aber eigentlich auch nicht richtig. Hier muss noch einer. So. So. Was ist das jetzt hier? Ach, das ist R. Aber das ist ja. Oh mein Gott. Ja, da war es schon richtig. Puh, ist das kompliziert. Okay. So, dann mache ich jetzt erstmal die, die hier rausgehen. Dann mache ich jetzt aber auch keinen Akt von. Die mache ich jetzt hier einfach hin. Und dann ist gut. Ja, wobei der letzte hier ist auch schon da. Egal. So. Komm her. Die kommen jetzt hier rein. So. Fertig. Mal schlecken. Der ist ein bisschen kurz jetzt hier. Aber soll wohl funktionieren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich den ganzen Teil jetzt nur damit beschäftigt bin, Signale zu bauen. Das war eigentlich ein Witz, wo ich das gesagt habe. Ich habe schon gedacht, wir würden am Ende dieses Teils schon die ersten Züge drauf schicken. Aber, dass das echt jetzt so kompliziert werden würde, habe ich nicht kommen sehen. Ich meine, ich hätte es mir natürlich denken können. Habe ich aber nicht. Ähm. Hier muss man gleich auch nochmal gucken. So, hier kommt auch noch einer rein. So, okay. Hier hatte ich schon. Nein, den hatte ich auch noch nicht. Dann kommt jetzt erstmal noch R hier. Das ist ja auch nicht ganz richtig hier. Also, das ist jetzt für den, ne? Ja. Puh. Okay. Wir werden es gleich sehen, ehrlich. Wir werden es gleich sehen, ob es funktioniert oder ob ich irgendwo ein Signal falsch gesetzt habe oder vergessen habe. Das werden wir echt gleich ein bisschen im Auge behalten müssen. So, den hatte ich. Damit hatte ich angefangen. Dann müssten wir jetzt theoretisch fertig sein. Ja, hier fehlen noch so ein paar. Oder? Nee. Hab ich da. Nee, die hatte ich gemacht. Okay. 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 Boah. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber theoretisch sind die Signale jetzt fertig. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt im nächsten Teil dann an mit der Stahlgeschichte. Und dann bin ich echt mal gespannt, ob das funktioniert. Und das heißt, wir werden erstmal natürlich von hier Eisenerz und Kohle hier hinbringen. Und von den anderen beiden auch schon von den anderen Kohle und Eisenerz, was ich schon erschlossen hatte. Und werden von hier dann Kohle und Eisenerz wieder zu dem anderen Stahlwerk bringen. Theoretisch müsste die Verbindung jetzt nämlich da sein. Das war nämlich hier. Und theoretisch müsste er ja hier durchfahren können. So, das heißt, wir können es auch von dem anderen Depot aus machen. Also, das machen wir im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Der Teil war jetzt nicht so sonderlich aufregend. Das weiß ich. Ich habe nur Signale gebaut. Aber im nächsten Teil geht es dann alles oder nichts. Da ist dann der Augenblick der Wahrheit gekommen. Hat diese ganze Geschichte hier funktioniert oder nicht? Wir werden es dann erfahren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.